Das war früher ein Stall und dann haben wir 2,5 Uhr noch umgebaut. Früher war das Niveau, so wie die Stiege, ein bisschen höher sogar noch. Und dann haben wir hier, sagen wir mal, 1,20 Meter hochgefahren und mit dem Boden aufgebaut. Das ist halt das noch ein Problem. Haben wir auch noch die Träger hineinbetont, damit wir den behaupten, damit wir nicht danach, wenn man noch mal etwas macht, wieder ein Stier zu empfangen.